Gut! Na, wir haben uns jetzt wieder wieder gesehen, da steht das Zoll für die Deutschlandvereine und hier beginnt es die Mieter, vor Ort! Wir sind ja so, dass wir die Wirklichkeit haben, und hier in der Hand, und hier in der Hand, vielen Dank! Vielen Dank für die Zuschauer, die wir hier haben. Vielen Dank!